Halleschön Leute, Willkommen zu Let's Play, Let's Play, Let's Play, let's play, let's play, let's play. Mit Stefan. Hallo? Hallo? Was? Was denn? Was denn? Ich steh auf. Was ist denn? Ich hab' wie gesagt mit Stefan. Ääh ... Was war das denn jetzt? Ach komm schon mal auf ... Prozent von der Sachsen und Kärbiger Scheiß am schlucken ist da und die komischen Kuletten und dann auf einmal die ganzen jeweils Gegner von dem Körbier am Auslachen und davon die Körbier Schnauzieher den Planer Beleidigungs und von mir und so das hat er damit er mit den Einträumen und hier ist man da und er ist noch ein Ritzer von zum Helm Spalter Romer Kostmann Greifach damit ich vielleicht noch einen Ritzer Wappen habe ich brauche mein Ritzer Wappen und so mit Maschertigkeit macht es schon viel mehr und die Falle im Schwer-Torz es wird noch ein Gegner des Schwarzschut wo lebt noch einer das Neues äh 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 voll den komischen ausgeleiertem Soundgarden bei dir äh 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 die Gegner oder kann ich jetzt nicht nein äh ach da oder versteht sich da unten einer darf doch nicht wahr sein tot so das war bei der Letzte die 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 schreie durch schau bis das Sprinten Sprinterlieger Sprinter ok dann nun auf den roten Leuen König dann wird aber auch sofort das Teleporter Lied es ist nicht gleich auf es ist nicht gleich auf Teleporter Lied das war jetzt wo genau ich glaube ja es war da ok wir brauchen wieder unser Segel und so einen Taksstock aber so einen Boden brauchen wir dafür auch und deswegen machen wir jetzt erstmal noch da in dem Wind ok ähm wo bin ich in Nordwesten ok dann mal los losgefahren oh mein Gott da ist da auch der Terry Händler Terry da ist der Terry der dumme Stupi ja 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 der Terry egal jetzt gehen wir erstmal zu Zyklon doch der uns in Part 14 richtig aufgewöhn weggeschleuert hat ja hier mit der Kamera umspielen Ich muss nur lustig sein. Ja, zwanghaft lustig sein. Und da ist ein Ende schwer. Ich muss nur zwanghaft lustig sein und sieben nicht in Kommentarunterlein. Ok und jetzt können wir nämlich diesen Stüpi abballern. Rache ist süß. Du bist schon wieder kleiner Pischer, ne? Hallo, Farne, Farne. um und auch noch so muss drauf ob er hat es richtig wirklich imponierend jünger alles klein geworden du bist der erste der in der Lage ist man sturm schnellen Bewegungen zu durchschauen und wie es hier ist ein wahrer Meister des Windes aber bis auch in der Lage die in diese Bewegungsablauf zu durchschauen unter links ach ne anders herum unter unter rechts links hoch du hast die Kanone des Sturms erlernt wirklich imponierend ich bin mir sicher mein kleines Wirbelstürmchen wird sie bei jedem Schnell solchen Meister des Windes offenbar bereits aufgehoben sein wenn du also schnell mit dem wie der Wind den großen Weinen mehr überqueren willst mach die keine mein kleines Wirbelstürmchen zu nutzen ja ich mache mich wohl besser auf dem Weg nach Hause möge der Wind mit dir sein so Leute jetzt wäre doch nicht mehr so oft die seefahnen schneiden müssen wir jetzt einfach ausporten werden wir müssen jetzt wieder abzuverwünschen im Bastion aus das ist das nächste aber ich weiß nicht wer das wer ist Amaras LP Aula Amras LP keine Ahnung, irgendjemandem Bonksteam. Muss mal gucken. Der macht in einem selbener Podcast. Was ist jetzt richtig? Nein, ich kann mir noch nicht anfangen, mein Gott. Bist du einfach kackt? Ja, ich bin falsch. Wenn der erzählt hat, falsch ist oder so, recht nicht, dass ich nächstes Paar dabei sein werde. Ich bin die Königin aller Fähigkeit, ich hab dich bereit erwartet, aber noch ist es zu früh für dich, mich zu treffen. Ich weiß davon, dass zu viele Andrängen auf sich genommen hat. Meine der selben Person zu helfen, aber wisse das in den beiden noch eine weitere Person auf dieser Welt gibt, deren Schicksal ist es für dich zu helfen. Ja, also, okay, halt die Fresse. Na. Dann will ich mich wie mehr. Und ja, okay, wir weg. Ich wollte eigentlich sehr schnell überprüfen, was zu tun, hm. Das ist jetzt scheiße. Na, wir kommen schon am schnellsten von da. Von da, am besten, na, Pfalz, na, ja. Da, 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 da. Du hast dich grad echt no pomp gesagt. Ich hab gedacht, das hat jetzt nicht gerafft, aber... Ich hab' so gut. Ich hab' so gut. Bär, Pischer! Du frisst gleich hier den halbvergammelten Schokomar. Uhhh! Ne, jetzt die vergammelten Schokomar. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Ich krieg's ihn noch vorher schon an. Nach da. Also erstmal nach. Ne, wir können ja eigentlich auch sofort. So fahren. Die Seefahrt wird zwar wieder etwas länger, aber egal. Mal. Keine Lust jetzt den Aufnahmeerwattung zu drücken. Seht ihr was noch mehr? Seht ihr was noch mehr? Und wenn er gleich da ist. Stefan, können wir noch einen Part aufnehmen? Ich weiß, ich hätte schon eins sollen. Aber können wir noch einen Part aufnehmen? Stefan, ich müsste noch einen Twilight Princess aufnehmen. Ich habe davon gar keinen Speicher mehr bei. Schon mehr keinen Speicher? Ich habe noch 34 GB in Stand. Ja, das reicht doch. Denn mir der reiche ist ein Twilight Princess nichts. Vergiss es. Du brauchst gar nichts dran zu ganken. Ich weiß, mir der reiche auch nicht. Länger an andere Sachen, aber nicht am Aufnehmen, wie wir. Ah, ich finde nicht zwanghaft lustig sein. Ich auch nicht. Du musst zwanghaft lustig sein, du musst ein Liebster. Ja, ja, okay. An anderen Personen, die dazu treffen, ich müsste zwanghaft scheiße sein. Hauptsache, das Wasser glitzt immer voll in das Boot rein. Blut, Blut, Blut. Blut, Blut, Blut. Wir kommen auf der Sitzung von 20m und zitteln. Ja, und jetzt gehen wir fahren ab weiter nach Norden. Und dann fahren wir nach Norden. Und dafür mach mit dem Wind jetzt nach Norden, damit wir schneller sehen. Da, da, da. Ich glaube, das ist jetzt hier 20. Ich werde aber, glaube ich, maximal hier 10 Herzen holen, also nur noch 3 Herzcontainer. 10 Herzen? Ja. 11. Musst du 2. Herzen dais anfangen, dann möchte ich. Was, wenn ich zu dir sage, nö? Dann machst du 14 Herzen. Wenn du nochmal 0 saß, dann machst du 17. Wenn du dann nochmal 0 saß, dann machst du 21, egal wie du das machst. Aber 11 möchte ich schauen. 11 musst du machen, ja? Ich muss gar nichts machen. Nein. Was? 11 Herzen sind wirklich nicht schwer. Jetzt holst du hier wieder umgeblieben. Ich habe keine Lust darauf. Schau immer, Maschinen. Das ist aber gar noch leichter. Das ist auch so für mich leicht. Ich meine, die ist diese Vorversion, die 3 mal da töten müssen. Diese scheiß Spinne, ey. Fick dich. Boah, geh weg mit dem Boss. Also, 11 Herzen. Nein. 2. Erstleiste. Nein. 2. Ey. Ey. Warte, jetzt wirst du wieder zwanghaft lustig sein? Ja. Ey. Färzen. Die verwünschende Bastion ist schon in sich. Ey Färzen. Nein. Er färzen. Ignor. Er färzen. Ignor. 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 Ignorier Liste. Wirst du zwanghaft lustig sein und ein Kommentar bald hier auf. Ja, war schon kurz. Welchen? Windracker-Part oder wie? Aus! Warte! Link guckt immer doof. Kannst du dir schon mal vorstellen, welchen Kommentar ich da reingeposte? Äh, zwei Herzleisten! Ne? Blah! Nein, das war Spaß. Kein Glück. Was? Ich drühe immer weiter, wa? Oh, total. Jetzt hab ich danach 1000 mal da reingestehen. Ähm, ja. Komm, bei elf Herz ist doch nicht so schwer. Ich hätte auch wieder vornpackt, ich voll heulen können und mach 20 Herz. Wie in's Gerotort? 100%! Da willst du auch machen. Bei elf Herz ist so schwer, weil die kann man doch mal so machen. Überlege mir, bei's Gerotort 100% zu machen. 20 Herz muss man. Ich muss gar nichts. Was hast du mir doch gesagt, dass du da machen willst? Nein! Das war zwar der Prinzess. Und auch Pascal was vor Ort. Ich hab da noch versucht zu 100% zu vermutigen. Nein, hast du irgendwie nicht. Und doch, das hab ich. Und wir konnten jetzt gehen, dass ich hier Bits leppen. Aber ich weiß, dass ich genau das Richtige gesagt hab. Nur, dass wir wieder an der Zeit auch wieder mal haben. Und jetzt wieder an denken. Oh nein, das ist eine Herze mit der Schwulenhafte. Das werde ich schon machen in dem LP auf ganz nahe. Ja, ja. Mein Kommentar ich brauche mich schon noch buchlich. Ich wär besser. Okay, gehen wir jetzt mal hier lang. Mal mich mal den Zwischenbos down, Phantom Gannon. Phantom Gannon. Scheiße Leicht. Der muss ein bisschen Tischtennischen. Oh, er will Tischtennischen. Oh, da ist bestimmt ein Table Tennis Gamer. Stefan, Table Tennis Gamer. Und der Table Tennis Gamer wird am Zug. Und, oh! Table Tennis Gamer hat weggebombt. Jetzt schließe ich ihn auch. Oh. Oh, was war denn das? Was? Das Table Tennis Gamer. Ich würde dir nicht raten, was gar gleich so gucken. Da steht doch auch so nicht gefallen. Oh. Schlitz. Zehn Herzen. Zehn Herzen. Sehen Herzen. Sehen Herzen. Ich sagte doch, zehn Herzen nur doof. Es sind bester zwei Herzen. Es ist mir doch schon egal. Es ist mir doch schon egal. Zwei Herzen sind skillet. Dann habe ich in jedem Seller geschafft. Holt nur gegen. Oh. Oh. Oh, jetzt weg. Meine meisten Herzen waren 15. Ein Wind Waker. Ja. Meine Schwester, da war 14, weil wir gedacht haben, da halten wir das schon 100% durchgehabt. Aber das war nicht so. Warum habt ihr gedacht mit 14 Herzen? Weil wir haben eine komplette Lösung durchgelassen, der sagt man konnte nur 14 Herzen holen. Insgesamt 14 Herzen gab es, wir haben alles geholt. Wir haben die Fotos haben wir jetzt nicht gemacht. Aber so haben wir alle herzfeile geholt. Oh, wir haben nicht einmal gedacht. Bei der Atmung, glaube ich. Bei der Atmung, glaube ich. Ähm, ein paar gefühlt. Ja, Herr. Da guckt doch mal Luxer. Irgend nach, wo die alles sind. Ähm. Auf und haben es fast recht. So, Leute. Da guckt doch immer geil. Kein Nachwärter wird nur 100%. Nein. Werde gar nicht in letzter Zeit, oder? Aber auf den Dolfen. So, ich würde sagen, ich werde hier den Teil. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, für Herzen. Kommt doch mal.